Entschuldigung, ich muss am besten jetzt heulen, weil ich nicht wehre, bis so umzuhören. Inska! Bestimmt wissen ganz viele hier in dem Raum, wie das ist, wenn man jemanden verliert und wie besonders schlimm das ist, wenn man jemanden verliert, den man ganz doll lieb hat und der in seinem Alter ist und dessen beste Freundin man ist. Und das Lied geht darum, dass ich immer für Kaya da gewesen bin und dass sie immer für mich da gewesen ist und es geht darum, einander nach Hause zu bringen. Das Lied Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab dich lieb, Kaya!